Bei welchen interessanten Aktien die großen Hedgeforce zuletzt gekauft und welche Werte sie verkauft haben? Welches spannende Unternehmen dabei bereits zum dritten Mal in Folge Plätze gut gemacht hat und sich nun unter den Top 30 befindet? Und welche beliebte Tech-Aktie im Vergleich zum letzten Quartal ganze 35 Plätze abgestiegen ist? All das und vieles mehr erfährst du in diesem Video. Viel Spaß beim Anschauen! Wir starten direkt mit den Top 10 Aktien der Hedgeforce vom letzten Quartal, also vom letzten Update. Das wird immer jedes Quartal veröffentlicht und dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Das findet ihr auf meinem Kanal, das habt ihr auch bestimmt schon gesehen. Und jetzt schauen wir direkt mal im Vergleich dazu die Top-Aktien des aktuellen Quartals an. Und es wurde auch erst vor wenigen Tagen aktualisiert. Wahrscheinlich wird dieses Video deshalb auch erst am Freitagabend oder Samstagmorgen erscheinen. Ich habe das dann direkt in der Woche für euch aufgenommen. Und da sehen wir auch direkt, dass sich unter den Top 6 Aktien erstmal gar nichts getan hat. Das heißt allerdings auch was und zwar, dass diese Top-Werte weiterhin beliebt sind bei den großen Hedgeforce. Also gerade diese Big Tech-Aktien Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, die sind nach wie vor sehr beliebt. Auffällig ist, dass Apple da nicht mit dabei ist. Die sind ein bisschen weiter unten, die werden wir auch nachher noch sehen. Dafür sehen wir hier allerdings Visa und Mastercard. Zwei Aktien, die ich persönlich sehr interessant finde, die ich auch im letzten Depot-Update kurz besprochen habe. Und dann schauen wir jetzt aber auch direkt darauf, was sich denn verändert hat. Und da sehen wir auch direkt, dass Buffetts Investment Holding Berkshire ganze drei Plätze gut gemacht hat. Die war davor schon in den Top 10, mittlerweile auf den Top 7. Darauf möchte ich heute aber gar nicht so ausführlich eingehen. Ich denke, das Unternehmen oder die Holding kennt jeder. Jeder weiß auch, dass Apple einer der größten Positionen darin ist. Ich möchte vor allem heute auf eine andere Aktie eingehen, die es ebenfalls erstmals unter die Top 10 geschafft hat, der großen Hedgeforce. Und die auch die zweitgrößte Position von Warren Buffett ist. Nämlich die Bank of America. Im letzten Quartal noch Blatt 14, mittlerweile unter den Top 10 der beliebtesten Hedgeforce-Aktien. Und dabei muss ich dazu sagen, dass Banken eigentlich gar nicht mein Spezialgebiet sind. Und das ist, glaube ich, auch die erste Bank überhaupt, die auf meinem Kanal hier besprochen wird. Auch die Bank of America habe ich zuvor noch nie erwähnt auf diesem Kanal. An der Stelle könnt ihr auch gerne mal einen Kommentar schreiben, ob ich vielleicht mal so einen Bankenvergleich machen soll. Oder vielleicht wäre das auch ein passendes Video, dass ich mal einen interessanten Interviewgast einlade, der sich auf diesem Gebiet sehr gut auskennt. Und vielleicht auch über die Unterschiede der einzelnen Banken aufklären kann. Also schreibt da gerne mal rein, ob das euch interessieren würde. Wir reißen die Bank of America trotzdem mal kurz an hier in diesem Video. Auch wenn es, wie gesagt, nicht mein Spezialgebiet ist. Aber wir sehen auch schon, da lief es eigentlich sehr gut vor der Finanzkrise. Dann gab es aber wirklich eine sehr schwierige Zeit. Die Margen waren negativ. Die Bank of America hat Verluste eingefahren. Und das hat eine ganze Weile gedauert, bis die sich wieder berappelt hat. Aber eigentlich seitdem, seit 2011, 2012, steigen auch die Margen wieder ziemlich konstant an. Und mittlerweile zieht sogar auch wieder der Umsatz wieder ein bisschen stärker an. Das sehen wir auch nochmal hier in dieser Übersicht sehr schön auf der linken Seite, wie die Finanzkrise so ihre Spuren hinterlassen hat. Das Durchschnitts-KGV seitdem beträgt ungefähr zwischen 10 und 15. Für diese Bewertung habe ich einfach mal ein 12er-KGV gewählt. Und da erhalten wir auch schon ein sehr ordentliches Kursziel von ungefähr 45 US-Dollar. Und das würde trotzdem noch eine jährliche Rendite von knapp 20% entsprechen bis Ende 2023. Aber wir sehen auch schon hier, laut den Prognosen soll sich das Wachstum auch weiter fortsetzen bis Ende 2024. Allerdings ist hier auch Vorsicht geboten. Wenn ich jetzt das KGV zum Beispiel auf 11 herabsenken würde, dann wäre die jährliche Renditeerwartung, glaube ich, nur noch zwischen 10 und 13% irgendwas in dem Bereich. Das heißt, es reagiert hier sehr sensibel. Und es kommt auch wirklich darauf an, wie ihr persönlich die Bank of America bewerten würdet. Hierbei sehen wir auch nochmal das langfristige Chartbild im Big Picture seit 1990. Und da ist auch nochmal der enorme Kurseinbruch während der Finanzkrise zu sehen. Aber ebenfalls eigentlich fast exakt zur Margeentwicklung und auch zur Umsatzentwicklung seitdem hat sich hier der Kurs auch wieder sehr gut gefangen und befindet sich seitdem eigentlich auch in so einem gewissen Aufwärtstrend. Und das schauen wir uns auch einmal mal kurz noch ein bisschen näher an. Da sehen wir es ganz gut. Da können wir so einen exponentiellen Aufwärtstrend mit einzeichnen. Vor kurzem ist die Aktie auch auf so einer gewissen Unterstützungstone bei etwas über 30 US-Dollar nach oben hin abgeprallt. Ich finde es jetzt hier wirklich spannend, wenn vielleicht auch die Aktie nochmal, wenn sie nochmal zu so einem kleinen Rücksetzer kommt und wir vielleicht nochmal auf diese doppelte Unterstützungstone von diesem Aufwärtstrend und der horizontalen Unterstützungstone aufprallen. Dann kann man sich die Aktie vielleicht auch nochmal näher anschauen und eventuell auch den ersten Fuß in die Türe stellen. Dann geht es jetzt aber direkt weiter mit Uber, dem nächsten Unternehmen, die sich im letzten Quartal noch auf dem siebten Platz befunden haben. Mittlerweile sind sie jetzt knapp unter die Top Ten rausgefallen. Ich habe sie auch extra in Orange markiert und nicht in Rot. Ich würde es jetzt nicht überbewerten, weil ich finde es nach wie vor extrem interessant, vor allem wenn man sich hier einfach mal diese anderen Top Ten Aktien anschaut. Die gehören allesamt zu den größten Unternehmen der Welt, haben allesamt eine Marktkapitalisierung von mehreren 100 Milliarden US-Dollar, sind extrem profitabel und erwirtschaften sehr hohe Gewinne. Und da fällt Uber extrem aus dem Raster. Vergleichsweise kleines Unternehmen, ungefähr 60 Milliarden Marktkapitalisierung. Er wirtschaftet auch nach wie vor noch Verluste, soll erst in den nächsten paar Jahren wieder so richtig in die Gewinnzone rutschen. Und deswegen fällt es hier komplett aus dem Raster. Und deswegen finde ich es auch umso interessanter, dass Uber hier so beliebt ist bei den großen Hedgefonds. Dabei habe ich auch Uber schon mehrmals auf meinem Kanal besprochen. Da könnt ihr einfach mal reinschauen, wenn es euch interessiert. Und vor allem habe ich dabei erwähnt, was ich auch wirklich spannend finde, dass diese Uber-Fahrten oder die Rides, die ja schon eigentlich schon seit Ewigkeit zum Kerngeschäft von Uber gehören. Und wenn wir auch hier mal schauen auf das dritte und vierte Quartal 2018, da war das mit Abstand das Hauptgeschäft. Und Uber hat aus dem Nichts innerhalb weniger Jahre eigentlich zwei neue große relevante Segmente aus dem Boden gestampft. Einmal Uber Eats und das auch nach wie vor ein sehr ordentliches Wachstum aufweist. Und auch hier die Logistik-Sparte von Uber, die jetzt erst im letzten Jahr nochmal so ordentlich angezogen hat. Das ist auch so eine Art Marketplace oder eine Plattform für Logistik-Lieferungen. Ist auch sehr spannend. Wie gesagt, darauf bin ich im letzten Video ausführlicher eingegangen. Also insgesamt finde ich Uber nach wie vor echt interessant. Und vor allem der Fakt ist, dass es einfach bei den großen Hedgefonds so beliebt ist. Vielleicht wissen die sogar ein bisschen mehr als wir. Im Zuge der schwierigen Wirtschaftslage in den letzten Monaten ist natürlich auch die Uber-Aktie stark abgestraft worden und befindet sich auch schon seit Anfang letzten Jahres in so einem gewissen Abwärtstrend-Kanal, den wir hier auch ganz gut sehen können. Davon sind sie momentan auch wieder abgeprallt und jetzt könnte es auch nochmal ein gutes Stück nach unten gehen. Eventuell schafft es sogar die Uber-Aktie, sich hier im Bereich von zwischen 20 und 25 US-Dollar zu stabilisieren. Die befindet sich auch nach wie vor schon seit einer Weile auf meiner Watchlist und ich schaue die mir immer wieder mal ein bisschen näher an. Aus meiner Sicht eine sehr interessante Aktie und auch ein ganz anderer Bereich mit diesen drei Segmenten, die man sich ins Depot holen kann. Eine interessante Ergänzung, finde ich. Und deswegen ist Uber auch auf jeden Fall ein Kandidat, den man auf der Watchlist haben sollte. Dann blicken wir auch direkt auf das nächste Unternehmen und dabei haben wir es wieder mit einem Aufsteiger zu tun. Zuvor die Top 20, mittlerweile die Top 15. Bookingholdings, ein Unternehmen, das sich auch schon seit einer ganzen Weile in meinem Portfolio befindet und zu dem ich auch schon früher auf meinem Blog auch eine ganz ausführliche schriftliche Aktienanalyse verfasst habe. Die ist zwar, was die aktuellen Zahlen betrifft, nicht mal ganz aktuell oder also was die Bewertung betrifft und die Prognosen, aber ansonsten das Unternehmen, die Segmente, da könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn es euch interessiert. Ich werde die auch in der Videobeschreibung verlinken. Im Schnitt wurde die Booking-Aktie in den letzten Jahren ungefähr mit einem 24er KGV bewertet, mit einem bereinigten 24er KGV. Ich habe das jetzt in dieser Analyse nochmal stark nach unten korrigiert auf 20 und dann würde sich für Ende 2023 ein faires Kursziel von ungefähr 2.500 US-Dollar und immer noch eine sehr ordentliche lehrliche Rendite von ungefähr 13% ergeben. Man sieht auch ganz gut, in den letzten Jahren hat diese Bewertung perfekt gepasst. Aktuell haben wir natürlich diesen großen Knick seit Corona, aber kaum ein Unternehmen hat die Krise so gut gemeistert wie Booking. Also sie haben sogar Marktanteile hinzugewonnen und vor allem gegenüber der Konkurrenz, wie zum Beispiel Expedia, stehen sie so gut da wie eigentlich nie zuvor. Was die Chartanalyse betrifft, sind wir da erst vor kurzem auf einer sehr wichtigen Unterstützungszone zwischen 1.600 und 1.700 US-Dollar nach oben hin abgeprallt. Und mittlerweile haben wir auch schon so eine kleine Widerstandstone überwunden. Auch da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es hier nochmal so zu einem kleinen Rücksetzer kommt und der Kurs vielleicht hier im Bereich von ungefähr 1.900 US-Dollar aufprallt. Genau in diesem Bereich bewegt sich auch ungefähr diese sehr weiche EMA-Linie in blau, die ich hier auch eingezeichnet habe und die auch schon in der Vergangenheit immer wieder mal ein ganz guter Indikator war für mögliche Trendwenden. Dann machen wir aber auch direkt wieder den Wechsel und schauen uns einen großen Absteiger an und zwar Netflix, davor noch unter den Top 20, mittlerweile nur noch unter den Top 25 zu finden. Und da müssen wir auch direkt mal einen genaueren Blick drauf werfen. Und hier sehen wir einmal das Abo-Wachstum in blau, grün und lila von den Jahren 2017 bis 2019, also wo noch alles normal war. Und ja, das war auch so der normale, gesunde Bereich von Netflix, in dem die sich bewegt haben. Dann haben sie natürlich ein extrem gutes Jahr gehabt im Jahr 2020 mit einem enorm starken Abo-Wachstum. Das hat sich dann im Jahr 2021 wieder ein bisschen ausgeglichen und deswegen haben eben viele damit gerechnet, dass wir jetzt vielleicht auch wieder nochmal ein relativ stabiles Jahr sehen werden. Aber dann gab es ja dann, und das habt ihr auch alle mitbekommen, ich glaube im vierten Quartal 2021, in den Prognosen wurde das verkündet oder auch auf jeden Fall im ersten Quartal 2022, dass es ganz anders aussehen wird und dass sogar Netflix-Abonnenten verliert. Das sehen wir dann auch hier unten in Rot anhand der gestrichelten Linie. Dementsprechend fragen sich jetzt viele, ob Netflix überhaupt langfristig weiterhin wachsen kann und ob diese starken Gewinnprognosen auch weiterhin zutreffen. Hinzu kommt dann noch, dass sich ja Netflix mit dem Gaming-Angebot ein bisschen weiter diversifizieren wollte und vielleicht auch aus diesem Bereich ein weiteres Wachstum schöpfen wollten. Allerdings kommt es so gar nicht gut an. Der Netflix-Gaming-Dienst wurde zwar auch von ein paar Millionen Nutzern verwendet, aber wenn man das mal auf die Gesamtnutzer hochrechnet, dann waren es gerade einmal ungefähr 1%, die diesen Dienst verwendet haben. Das heißt, auch hier fehlt so ein bisschen die Fantasie, dass ich hier Netflix für die Zukunft noch so eine Art zweites Standbein aufbauen kann. Wenn wir uns jetzt mal diesen Knick hier wegdenken und auch mal auf die Prognosen der nächsten Jahre blicken, wo ja auch dieses abschwächende Nutzerwachstum schon mit eingepreist ist oder wo das in den ganzen Prognoserechnungen mit berücksichtigt wird, da sehen wir auch, dass die Netflix-Aktie trotzdem noch ein sehr ordentliches Gewinnwachstum aufweist und sich auch wirklich sehr ordentlich entwickelt. Dementsprechend könnte man durchaus sagen, dass hier ein 30er KGV noch angemessen wäre. Und wenn wir damit rechnen würden, dann würde sich für Ende 2023 ein Kursziel von ungefähr 330 US-Dollar und eine Rendite von ungefähr 25% pro Jahr ergeben. Wenn wir das dann allerdings mit einem 25er KGV nochmal neu durchrechnen, dann hätten wir nur noch ein Kursziel von ungefähr 275 US-Dollar und eine jährliche Rendite von 10%. Das kommt hier also stark darauf an, wie ihr die Netflix-Aktie bewerten würdet. Ich selbst würde aufgrund all der Risiken lieber ein bisschen vorsichtiger reingehen und hier dann eben eher ein KGV von 25 verwenden für die Berechnung der Kursziele. Und da könnte man dann durchaus sagen, dass die Netflix-Aktie momentan in Anbetracht der Risiken relativ fair bewertet ist. Aber das kommt auch wirklich darauf an. Ich stelle mir auch immer gern die Frage, ob ich die Aktie kaufen würde, wenn die Börse für die nächsten 5 bis 10 Jahre geschlossen wäre. Und da wäre ich mir bei Netflix eben nicht ganz so sicher, ob das da wirklich das beste Investment wäre. Charttechnisch sind wir natürlich auch unter dem langfristigen oder mittel- bis langfristigen Trendkanal deutlich unten durchgebrochen. Also erstmal sind wir ganz gut darauf aufgeprallt. Da sah es eigentlich noch ganz gut aus. Dann wurden aber eben diese neuen Prognosen veröffentlicht. Seitdem haben wir uns auch schon wieder ganz gut erholt, sind jetzt allerdings auch wieder bei so einer gewissen Widerstandstone angekommen. Also vielleicht, wenn es hier nochmal so einen kleinen Abpraller nach unten gibt und sich die Netflix-Aktie dann im Bereich von ungefähr 160, 170 US-Dollar stabilisieren kann, könnte man hier vielleicht nochmal so eine kleine Wette eingehen, dass sich der Kurs nochmal ein bisschen erholt. Wir haben gerade eben gesehen, was die Bewertung betrifft, steht die Netflix-Aktie gar nicht so schlecht da. Jetzt ausgehend von diesen Kursen unter 200 US-Dollar, da würden sich natürlich auch dementsprechend höhere Kursziele ergeben. Aber insgesamt als langfristige Bind-Hold-Aktie hat mich Netflix nicht so ganz überzeugt, vor allem mit der jüngsten Entwicklung in diesem Jahr. Dann kommen wir nochmal zu zwei spannenden Unternehmenssoftware-Anbietern, die beide auch ein paar Plätze gut gemacht haben. Zuvor Top 35, mittlerweile ordentlich in den Top 30 vertreten, ServiceNow und Adobe. ServiceNow habe ich vor einer Weile auch schon mal auf diesem Kanal hier besprochen, sollte auch den meisten von euch dementsprechend bekannt sein. Der führende Workflow-Anbieter, also Prozessmanagement-Anbieter, wenn man das so sagen will. und dabei haben sie auch eine Cloud-Plattform, also es ist ein Cloud-as-a-Service-Unternehmen und dabei sind sie auch extrem erfolgreich. Denn in diesem Segment gehören sie mit Abstand zu den Marktführern. Dabei handelt es sich noch um ein sehr junges, dynamisches, ausstrebendes Unternehmen. Dementsprechend wird es auch mit einem bereinigten KGV von 60 bewertet oder wir sehen sogar, diese Bewertung war viel zu gering für die letzten Jahre. Also im Rahmen der historischen Multipliz von ServiceNow ist diese 60er-KGV-Bewertung sogar sehr konservativ, wenn man das so sagen möchte. Aber das liegt eben auch daran, dass hier noch viel Potenzial nach oben besteht, sowohl bei den Margen als auch bei dem Umsatzwachstum. Und wir haben es eben gesehen, eben auch bei den Hedgefonds ist es ein sehr beliebtes Unternehmen. Dementsprechend wird hier der Aktie auch noch einiges zugetraut. Und wenn wir jetzt einfach mal mit diesem 60er-KGV rechnen würden, dann würde sich ein Kursziel von ungefähr 555 US-Dollar für Ende 2023 ergeben mit einer jährlichen Rendite von ungefähr 10%. Adobe ist natürlich auch allen von euch bekannt, das führende Unternehmen im Bereich der kreativen Software. Und trotz dessen, dass Adobe mittlerweile echt schon ein riesengroßes Unternehmen ist, weisen sie auch immer noch sehr ordentliche Wachstumsraten auf und sind in Anbetracht dessen, auch wenn man sich mal die Margen anschaut von Adobe, die sind wirklich beeindruckend, teilweise deutlich über 30%. Dann ist hier, wie ich finde, auch ein KGV oder ein bereinigtes KGV von 33% absolut angemessen. Auch hier sehen wir, in den letzten Jahren war das im Schnitt eher zu niedrig. Und eigentlich nur einmal während dem Tech-Aktien-Crash 2018 wurde die Adobe-Aktie so niedrig bewertet. Normalerweise eigentlich immer mit KGVs im Bereich von 35 und 40. Und dann würde sich hier ein faires Kursziel von ungefähr 330 US-Dollar und eine sehr ordentliche jährliche Rendite von 15% ergeben. Also aus meiner Sicht nach wie vor ziemlich attraktiv bewertet, auch mit diesem deutlichen Knick nach oben, den wir hier sehen. Und deswegen blicken wir auch direkt mal sowohl für Adobe als auch für ServiceNow auf den Chart. Da sehen wir bei Adobe ein ganz spannendes Chartbild, wo hier auch die ehemalige Unterstützungstone, die jetzt zu einer gewissen Widerstandstone geworden ist, auch schon fast überwunden wurde. Oder auf jeden Fall arbeitet sich der Kurs da aktuell dran ab. Da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es hier vielleicht nochmal zu gewissen Rücksetzern kommt. Allgemein traue ich diese Aufwärtsbewegung im Gesamtmarkt momentan noch nicht so wirklich. Also ich kann mir hier bei vielen Unternehmen vorstellen, dass wir in den nächsten Monaten nochmal so kleinere Rücksetze sehen oder dass es hier nochmal zu tieferen Kursen kommt. Und wenn sich hier dann vielleicht die Adobe-Aktie nochmal in diesem Bereich fangen sollte, zwischen 350 und 400 US-Dollar, auch hier haben wir so eine doppelte Unterstützungszone zusammen mit diesem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal, dann ergibt sich hier aus meiner Sicht eine hervorragende Kaufchance für langfristig orientierte Anleger. Ich habe in diesem Bereich bereits nachgekauft. Adobe gehört schon zu einer meiner größten Positionen, deswegen bin ich hier nach wie vor sehr zufrieden und könnte mir auch vorstellen, nochmal nachzukaufen, wenn wir wirklich nochmal deutlich tiefere Kurse sehen sollten. Bei ServiceNow bin ich auch schon seit einer ganzen Weile investiert, allerdings auch nur in eine eher kleinere Position. Insgesamt auch hier an der Stelle, das ist alles natürlich nur meine persönliche Meinung. Macht euch da bitte auch in einigen Gedanken. Und wenn ihr auch bei bestimmten Unternehmen anderer Meinung seid, dann freue ich mich natürlich wie immer auf einen konstruktiven Austausch im Kommentarbereich. Aber zurück zu ServiceNow, da sehen wir ein ganz ähnliches Chartbild. Auch hier könnte man sich so eine Widerstandszone denken hier auf diesem Gebiet. Gleichzeitig haben wir auch hier aber diesmal eher einen kurzfristigen Aufwärtstrendkanal, aber eben auch die horizontale Unterstützungstone, die man auf jeden Fall im Blick behalten sollte. Und auch hier, ähnlich wie bei Adobe, wenn der Kurs vielleicht nochmal hier auf dieser doppelten Unterstützungstone aufprallt, dann würde sich eigentlich eine ganz gute Kaufchance ergeben. Oder für halt all diejenigen, die von dem Unternehmen begeistert sind, aber vielleicht bisher noch nicht so das richtige Timing erwischt haben, da könnte man dann auf jeden Fall einen ersten Fuß in die Türe stellen. Dann kommen wir jetzt aber auch schon zu dem Unternehmen, das ich euch schon im Intro vorgestellt habe, denn die Aktie ist nicht nur im Vergleich zum letzten Quartal einige Plätze aufgestiegen, sondern auch mit Blick auf das vorletzte Quartal, damals noch auf Platz 51 zu finden, im letzten Quartal unter die Top 40 aufgestiegen und mittlerweile sogar schon unter die Top 30. Also eine Aktie, die bei den großen Hedgefonds auch sehr beliebt ist und wo sie eben in den letzten Monaten verstärkt zugegriffen haben. Und deswegen müssen wir da unbedingt mal einen Blick drauf werfen. Und dabei handelt es sich um Activision Blizzard, die ja von Microsoft übernommen werden sollen und da müssen wir unbedingt mal genaueren Blick drauf werfen. Denn solche enormen Anstiege bei dem Gesamtvolumen der Käufe beziehungsweise der Verkäufe der großen Hedgefonds habe ich hier selten gesehen oder eigentlich noch nie in diesem Ausmaß. Das war eben das erste Quartal in diesem Jahr, wo die Übernahme schon verkündet wurde, wo der Kurs auch schon angestiegen ist, wo aber noch sehr viel Unsicherheiten drin waren und wir eben nach wie vor auch noch weit entfernt sind von dem Preis, das Microsoft für die Übernahme angeboten hat. Was ich besonders interessant finde, dass nach diesem enormen Anstieg gar keine Gegenbewegung direkt wieder kam. Hedgefonds agieren meistens auch eher kurzfristig oder gehen immer wieder mal bestimmte Wetten ein. Das heißt, häufig sehen wir solche großen Bewegungen, aber dann direkt im nächsten Quartal wieder den Ausgleich. Das ist aber hier eben nicht der Fall. Eigentlich schon in den ganzen letzten Quartalen sehen wir hier enorme Käufe bei den Hedgefonds. Also hier gehört die Activision Blizzard Aktie auf jeden Fall zu einem der Favoriten. Und wenn wir hier mal auf dem Chart blicken, da sehen wir auch ganz gut, wann die Übernahme verkündet wurde, den großen Anstieg und dann diese Seitwärtsbewegung. Und genau auch hier in diesem Bereich haben wir diese großen Käufe gesehen, der Hedgefonds, die ich euch eben gezeigt habe. Also sie haben da auch einen ganz guten Punkt erwischt. Seitdem sind wir aber schon wieder ein ganzes Stück angestiegen. In dem letzten Video zu den Hedgefonds, was ich gemacht habe, da waren wir auch hier bei ungefähr 75 US-Dollar irgendwie in dem Bereich. Und auch damals war ich sehr positiv gestimmt, was die Activision Blizzard Aktie betrifft. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob die Übernahme bald auch endgültig durchgeht und ob dann der Kurs in Richtung des von Microsoft eingebotenen Übernahmepreises 95 US-Dollar zusteuert. Das ist auf jeden Fall die Wette, die die großen Hedgefonds eingehen. Und auch Buffett hat glaube ich in den letzten Monaten und Quartalen teilweise noch mal zugekauft bei Activision Blizzard, auch nachdem die Übernahme bereits verkündet wurde, also auch in diesem Bereich hier. Da muss sich natürlich jetzt jeder selbst fragen, ob ihr hier noch mal extra zukauft. Activision Blizzard ist nach wie vor eine der größten Aktien in meinem Portfolio. Also ich hatte die schon länger im Depot und habe auch in dieser Kursbewegung, als es überhaupt noch gar nicht bekannt war, dass Microsoft das Unternehmen übernehmen will. Da habe ich auch schon Nachkäufe getätigt. Deswegen bin ich auch mit meiner Position ein gutes Stück im Plus, habe aber noch nicht verkauft, werde die Aktie weiter erhalten. und bin positiv gestimmt, dass hier die Übernahme durchgeht. Was ist denn eure Meinung dazu? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Dann geht es jetzt aber auch direkt weiter mit einer Aktie, die wieder einige Plätze abgestiegen ist, beziehungsweise die von den Hedgefonds verkauft wurde im letzten Quartal und das ist Nvidia. Allerdings trifft es nicht nur dieses Unternehmen, sondern auch Intel und Qualcomm oder auch andere Halbleiteraktien wurden abverkauft von den großen Hedgefonds und haben einige Plätze verloren im Vergleich zum letzten Quartal. Dabei bin ich ja schon ganz ausführlich in meinem letzten Depot-Update, also in dem Video von der letzten Woche eingegangen. Da habe ich auch meine Strategie so ein bisschen angepasst und fast alle Einzelhalbleiteraktien verkauft und habe vor, wenn die Kurse wieder ein ganzes Stück zurückkommen, mir dann ein Halbleiter-ETF zuzulegen. Aber wie gesagt, darauf bin ich im letzten Video ganz ausführlich eingegangen. Und einer der Gründe, warum eben auch die Hedgefonds solche Halbleiteraktien verkauft haben, ist zum einen die drohende Rezession, zum anderen die Kommission damit, dass diese hohe Nachfrage in bestimmten Halbleiterbranchen, dass die einfach mittlerweile zurückgegangen ist oder sich schon deutlich normalisiert hat. Ich glaube, vor allem in der Autobranche oder fast allein in der Automobilbranche gibt es immer noch enormen Chipmangel, aber ansonsten hat es sich eigentlich schon in vielen Bereichen erledigt. Und da kann es eben dazu kommen, dass dann auch große Halbleiterunternehmen nicht mehr so stark wachsen wie zuvor prognostiziert. Im Rahmen der letzten Quartalsteilen hat auch NVIDIA eine kleine Prognosesenkung verkündet. Deswegen sehen wir auch hier so einen gewissen Knick jetzt bei den Analystenschätzungen für Ende diesen Jahres beziehungsweise für Anfang nächsten Jahres. Bei NVIDIA beginnt das Schäftsinn immer zum ersten eines Jahres. Und wir rechnen auch hier mit einem 40er KGV, also auch nicht wenig. NVIDIA ist wirklich ein beeindruckendes Unternehmen. Dementsprechend hat es auch schon einen gewissen Aufschlag verdient. Aber wenn wir hier mal schauen, auch vor diesem starken Anstieg, den wir hier gesehen haben, auch damals war die NVIDIA-Aktie ungefähr mit einem 40er KGV bewertet. Und wenn es jetzt hier so ein bisschen zurückgeht oder sich das Wachstum abschwächt, ich glaube, dann können wir auch ganz gut diesen Wert verwenden. Und dann würde sich mit Blick auf Ende 2024 beziehungsweise Anfang 2025, also da müssen wir wirklich schon ein ganzes Stück in die Zukunft schauen. Und erst dann würde sich da ein faires Kursziel von ungefähr 250 und einem positiveren Rendite von ungefähr 12% pro Jahr ergeben. Was die Chartanalyse betrifft, sehen wir auch hier so eine Widerstandszone. Und genau in diesem Bereich habe ich auch meine Einzelaktie verkauft. Und ich persönlich gehe davon aus, dass wir hier eben nochmal einen Rücksetzer sehen und entweder auf diese horizontale Unterstützungszone aufprallen und vielleicht, dass sich da dann den Boden findet. Wenn das soweit ist, dann würde ich auch ungefähr in diesem Bereich den Halbleiter ETF kaufen. Also da sieht der Chart ja ganz ähnlich aus. Und bevor wir dann gleich zur letzten Aktie kommen, die erstmals in die Top 100 der beliebtesten Hedgefonds-Aktien aufgestiegen ist, nochmal ein anderer Wert, der ganze 35 Plätze abgestiegen ist, nämlich Block, also ehemals Square, eine sehr beliebte Tech-Aktie oder Fintech-Aktie, die auch viele von euch kennen und die hier ordentlich verkauft wurde von den großen Hedgefonds. Und das liegt vor allem in erster Linie an diesem Bild. Und da setze ich auch allgemein so ein Bild fort, das ich beobachtet habe, als ich mir die gesamten Listen angeschaut habe, wie die sich so verändert hat im Vergleich zum letzten Quartal. Ich versuche ja für euch dann immer die zehn interessantesten Unternehmen hinaus zu picken, aber ich habe auch bei vielen anderen Werten gesehen, die eben unprofitabel sind oder die eben noch extrem stark wachsen und dementsprechend auch noch Verluste erzielen, dass eben genau die viele Plätze verloren haben und dass eben genau diese Unternehmen von den großen Hedgefonds verkauft wurden, währenddessen andere Unternehmen, die eben extrem profitabel sind, die schon groß sind, dass die eben ein paar Plätze gut gemacht haben. Und genau das war ungefähr so das Bild. Deswegen fand ich auch Uber so spannend vorhin, weil die ja eigentlich auch unter diese Kategorie zählen, aber dennoch sehr stabil sich fast in den Top 10 halten der beliebtesten Hedgefonds-Aktien. Hier allerdings bei Block, da hat es nicht gereicht, Unternehmen, das sogar jetzt mittlerweile auch beim Umsatz stagnieren wird in diesem Jahr und die auch nach wie vor noch Verluste erwirtschaften. Voraussichtlich erst im Jahr 2024 wird Block profitabel sein. In meiner Paper-Analyse bin ich ja auch zum Teil auf Block eingegangen beziehungsweise auf die Cash-App als Alternative zu Wenmo, die ja vor allem Amerika sehr beliebt ist. Das habe ich da beides besprochen und da auch nochmal betont, dass eben Paypal mein Favorit ist. Wenn wir schon mal bei diesem Vergleich sind, ist mir da auch hier aufgefallen bei Block, dass hier nach wie vor neue Aktien ausgegeben werden. Teilweise sind wir fast auf der doppelten Anzahl angelangt als noch im Vergleich zu 2015. Also die Aktienanteile von den Privatanlegern, die werden hier auch enorm verwässert bei Block, währenddessen andere Unternehmen wie Paypal zum Beispiel leicht Aktien zurückkaufen, was eigentlich für uns ein gutes Zeichen ist. Also das kommt dann hier nochmal dazu und deswegen bin ich auch nicht der größte Fan von der Block-Aktie. Der Gesamtmarkt scheint es eh nicht zu sehen. Die Block-Aktie ist stark angeschlagen. Da muss man Fairness halber sagen, dass natürlich auch die Paypal-Aktie ordentlich abgestraft wurde und auch ebenfalls einen großen Verlust eingefahren hat in den letzten Monaten. Aber auf jeden Fall bei der Block-Aktie sehen wir das hier auch. Und hier sieht es auch momentan so aus, wie ich es eben auch schon bei den anderen Unternehmen mir vorgestellt habe oder wie ich es da auch schon prognostiziert habe, dass wir hier wieder so einen kleinen Rücksetzer sehen und auch einen Abpraller von dieser Widerstandszone hier nach unten. Eventuell könnte sich ja für die Block-Fans und für all diejenigen, die von dem Unternehmen voll und ganz überzeugt sind, eine ganz gute Unterstützungszone hier im Bereich von etwas über 50 US-Dollar ergeben. Wenn sich der Kurs hier stabilisieren sollte, dann kann man auch hier vielleicht den Nachkauf oder den Kauf tätigen. Ich persönlich, für mich ist die Aktion nix. Ich werde mich vielleicht noch mal die nächsten Monate ein bisschen genauer anschauen. Vielleicht auch mal ein einzelnes Video dazu machen. Auch das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessieren würde oder ob euch vielleicht andere Unternehmen, andere Tech-Werte noch, die ich noch nicht besprochen habe, ob die euch mehr interessieren würden. Aber ansonsten würde es die Block-Aktie wahrscheinlich erstmal nicht in mein Depot schaffen. Und zu guter Letzt aber jetzt nochmal eine sehr spannende Aktie, die auch in den letzten Monaten immer wieder mal besprochen wurde in der Finanzszene, nämlich Starbucks, die zuvor auch gar nicht unter den Top 100 vertreten waren und mittlerweile, wenn auch nur knapp, aber erstmals zu den Top 100 der beliebtesten Hedgefonds-Aktien gehören. Und da hat auch der Jonathan von Abilitato.de eine ganz ausführliche Analyse schon verfasst und ich glaube auch mehrere Updates. Auch da könnt ihr gerne mal reinschauen. Jetzt zuletzt hat er aber auch Thorsten Tiet vom 18-Finder ein ganz ausführliches Update gemacht. Ich glaube ein Earnings-Update war das zu Starbucks und ist auch auf alle relevanten Aspekte eingegangen. Das kann ich euch nur empfehlen. Das ist eigentlich kurz und knapp und da wird alles besprochen. Und da habe ich auch mal reingeschaut vorhin. Und sein Fazit war auch ziemlich positiv. Also er hat diesen jüngsten Kursregang auch, ich glaube, als Kaufchance bewertet. Ich weiß jetzt nicht, ob er selbst gekauft hat, aber auf jeden Fall hat er das Kaufenswert eingestuft. Und da schauen wir doch direkt mal auf die Kursziele der Starbucks-Aktie. Auch hier habe ich ein bereinigtes KGV von 27 gewählt, was eben leicht unter dem historischen Schnitt liegt. In Anbetracht der aktuellen Situation. Aber wir sehen auch schon hier langfristig, das passt eigentlich perfekt zum tatsächlichen Kursverlauf. Also eignet sich sehr gut für die Bewertung der Starbucks-Aktie. Und dann würden wir auch für Ende 2024 auf dem Faires-Kursziel von ungefähr 105 US-Dollar und eine jährliche Rendite von ungefähr 11 Prozent kommen. Und das ist zwar sehr ordentlich, wie ich finde, aber in Anbetracht der aktuellen Situation auch mit den stark steigenden Kosten, die ja vor allem die ganzen Privatbürger betreffen, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob auch die Prognosen vielleicht nicht sogar einen Tick zu optimistisch sind für die nächsten Jahre und ob die Menschen dann immer noch dazu bereit sind, so viel für einen Kaffee oder für Getränke oder für so eben diesen Lifestyle auszugeben. Vergangenen Krisen haben gezeigt, dass es tatsächlich der Fall ist. Also auch hier sehen wir schon mal ein bisschen am Ende noch ganz links, dass während der Finanzkrise sich auch die Starbucks-Aktie oder der Gewinn sehr stabil gehalten hat. Aktuell sehen wir eben diesen Knick in diesem Jahr. Aber die Prognosen gehen eben davon aus, dass sie sich sehr stark wiederholen soll. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das dem Unternehmen gelingen wird. Und da hätte ich persönlich doch lieber ein bisschen mehr Puffer oder eben einen etwas größeren Risikoabschlag. Das deckt sich auch ganz gut mit der Chart-Analyse. Hier sehen wir zum einen einen langfristigen Aufwärtstrend, der mir sehr gut gefällt und der in der Vergangenheit immer ein hervorragender Indikator dafür war, dass ich hier der Kurs stabilisieren könnte, wie es auch zuletzt getan hat, vor einigen Monaten. Gleichzeitig sehen wir auch hier so eine gewisse horizontale Unterstützungszone. Und ich persönlich kann mir eben auch hier, wie bei vielen Aktien, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich kann mir auch hier gut vorstellen, dass wir vielleicht nochmal in den nächsten Wochen so einen kleinen Rücksetzer sehen werden und dann im Bereich von zwischen 70, 80 US-Dollar oder zwischen 70 und 75, wenn wir dann auch vielleicht nochmal hier auf diese doppelte Unterstützungszone aufprallen, also auf diese horizontale Unterstützungszone und auf den langfristigen Aufwärtstrend, ich glaube, dann könnte sich eine ganz gute Kaufchance ergeben, wo dann auch viele Risiken eingepreist sind und aus meiner Sicht dann auch eine ganz interessante Aktie für langfristig orientierte Anleger, also anders wie bei Netflix, würde ich mich hier, glaube ich, ganz gut wohlfühlen für die nächsten 5 bis 10 Jahre, auch wenn gerade noch der See-Au-Faktor sehr unsicher ist, wie wir schon beim Aktienfinder bei dem Post vorhin gesehen haben, aktuell ist ja der Gründer wieder zurückgekehrt und die Frage, wer das übernehmen wird, die ist noch offen und das bleibt aus meiner Sicht auch noch ein offenes Risiko, also wenn das geklärt ist, dann würde ich mich auf jeden Fall deutlich wohler fühlen, aber ansonsten bin ich sehr positiv gestimmt, was die Starbucks-Aktie betrifft und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das Unternehmen irgendwann mal den Weg in mein Depot finden wird. Ansonsten war es das auch schon mit dem heutigen Video, hier sehen wir nochmal alle Entwicklungen oder alle 10 Aktien, die wir heute besprochen haben im Überblick, die Bank of America, die ordentlich aufgestiegen ist, Uber, die ein bisschen abgestiegen sind, Booking Holdings, diese haben auch ein paar Plätze gut gemacht, währenddessen ist Netflix ebenfalls abgestiegen und dann ServiceNow, Adobe und Activision, allesamt erstmals unter den Top 30 der beliebtesten Hedge-Four-Aktien, Nvidia zusammen mit den einen oder anderen Chip-Hersteller, auf die bin ich auch eingegangen und die haben ordentlich Plätze verloren. Den größten Verlust, den weist hier in der heutigen Auflistung Block und auch darauf bin ich eingegangen, warum das so ist, eben diese unprofitablen Unternehmen, die vielleicht für die kommende Krise nicht ganz gewappnet sind und dann auch hier Starbucks in Blau, erstmalig unter den Top 100 der beliebtesten Hedge-Four-Aktien. Mich würde jetzt sehr interessieren, wie euch das heutige Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben, aber vielleicht auch was eure Favoriten waren unter den heute besprochenen Aktien und vielleicht auch eure Flops, die ihr auch niemals kaufen würdet und wo ihr vielleicht der gleichen Meinung seid, wie die großen Hedge-Four-Aktien. Das würde mich sehr interessieren, ansonsten könnt ihr mir natürlich gerne ein Abo da lassen und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.